ARD Text im Auftrag von Funk Hast du noch nicht so viel Liebe bekommen? Du hast mich vernachlässigt. Oh, Madam. Ey, nimm es an oder nicht? Nimm es an. 3, 2, 1... Jetzt kommt Action. Leute, darf ich da hochgehen und die Kasala machen? Bitch. Wenn der da oben bleibt und das nicht abbricht, nimm ich ihn nochmal. Da bin ich ein anderes Temperament. Andere Liga. Das ist so. Ich hab gesagt, noch einmal und dann ist Ende. Ja, aber jetzt muss es halt knallen. Wir sind eng. Meinst du, es wird knallen? Das lass ich mit mir nicht machen. Niemals im Leben. Niemals im Leben. Hallo? Ihr habt nicht umsonst Chris hier reingeholt. Wir gucken mal, was abgeht. Wie gesagt, noch einen Fehltritt, hab ich ja immer gesagt von Germaine. Und, ähm, wir wollen mal gucken, was in der Chris hier steckt. Viktoria und ich ziehen uns irgendwie körperlich an. Ja, ich finde sie irgendwie geil. Sie findet mich geil. Und er hat echt einen Blick, ähm ... da was die Frauen einfach so einwickelt. Und, ähm ... ja ... Wir haben so eine Schwäche findeinander, glaube ich. Ja, ich weiß es auch nicht. Der Jemaine, der küsst wirklich richtig gut, also so richtig mit Feuer und Leidenschaft, ja, da hat es wirklich drauf in der Hinsicht.